Eisbär verzeiht dir auch. Fürs Erste. Außerdem ist die Monarchie ein total veraltetes Unterdrückungssystem. So wie es aussieht, war es Chris nicht bestimmt, König zu sein. Aber ich hab so das Gefühl, dass unsere Bärchen irgendwann ihren Platz auf der Welt finden werden. ARD Text im Auftrag von Funk Und das ist Panda. Er liebt die Liebe. Seine Freunde. Und natürlich seine Brüder. Doch am meisten liebt er sein Handy. Und zu guter Letzt noch Chris. Er findet seine Brüder super cool. Und ist immer bereit auf epische Abenteuer zu gehen. Die nicht immer wie geplant enden. Kleine Bärchen auf großen Abenteuern. We Baby Bears. Bärchen wie wir. Freu dich auf flauschige Abenteuer mit den Bären in We Baby Bears. Bären wie wir. Jetzt gleich. Hast du auch das Problem, dass du die ganze Zeit Monster bekämpfen musst? Nein? Dann sei froh. Und fang mir bloß nicht mit Schule an. Das ist ein ganz anderes Problem. Deswegen ist es super, wenn man Freunde hat. Wie die DC Superhero Girls. Täglich um 15 Uhr bei Cartoon Network. Bleib dran. Nach nur einem Spot geht's weiter. Ihr Vierbeiner ist einfach ein Familienmitglied. Er begleitet Sie jeden Tag und ist immer für Sie da. Mit der DA Direkt Tierkrankenversicherung sind auch Sie immer für Ihren Liebling da. Egal was passiert, Sie erreichen unsere Tierärzte rund um die Uhr per Videosprechstunde und profitieren von weiteren Vorteilen wie einem umfangreichen OP-Schutz. Jetzt einfach online abschließen auf dadirekt.de Das war die Werbung. Jetzt geht's weiter. Wir wollten diesen Film ja sowieso nicht sehen. Und wieso hat er das Geld nicht angenommen? Ich meine, ich habe es doch so gut gemalt. Vielleicht hilft es ja eines Tages jemand anderem. Hey, warte mal. Hey, sieh da. Es ist nicht lustig, anderen Falschgeld zu geben, klar? Oh, äh, tut mir leid. Das ist alles, was wir haben. Wir sind arm. Wow, wie viele seid ihr denn da drin? Hm, gut, ich lasse das mal durchgehen, weil ihr Kinder seid. Ihr habt es ja gut gemeint, ich verstehe es ja. Ich bin nämlich auch arm. Wirklich? Ja, deshalb singe ich mir hier die Seele aus dem Leib, aber keiner hört mir zu. Tja, wie wäre es, wenn wir zusammenarbeiten? Ja, wir können echt gut tanzen. Oh, echt? Okay, zeigt mir, was ihr kennt. Das ist ja auch arm. Das ist ja auch arm. Und das ist ja auch arm. Wirklich? Alle diese titantastischen und viele andere Gratisspiele in der Cartoon Network Gamebox App. Wie Bär-Bärs. Bären wie wir.